Etwa 45 Kilometer westlich von Calgary, unweit von Cochrane, befindet sich der Ghost Lake Stausee. Unsere Reise führt uns heute von hier, durch das Reservat der Stoney Nakoda, Indiana, nach Canmore und von Canmore zum Lake Minivanka im Banff National Park. Helm auf und los geht's! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir befinden uns in der kleinen Ortschaft Exchau, nur ein paar Kilometer noch bis nach Cainmore. Untertitelung des ZDF, 2020 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 bevor wir wieder zurückfahren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.